Wie wär's, wenn du nun mal deinen komischen Flammenwerfer abschießt? Wofür hast du denn? Zum Gucken, ne? So, ich mach mal den Weg frei. Und da taucht schon irgendwann auf. Hallo? Weiterschieben? Und dir gleich stehen bleiben? Schieben die Karre einfach mal hier so durch. Ein Verrückter in seinen Unterbuchsen? Mit einer Schubkarre und einen Anzug an und einen Helm. Ey. Kommen wir durch. Platz da. Save Keith's Memorial Ground. Obwohl, kommen wir gar nicht durch. Ihr seid doch so Säcke. Ich muss hier gar nicht lang. Kann ich da oben überhaupt durch? Nö, da war doch diese dicke Sperre, oder? Das ist so nervig. Stempelte um die Ecke angezeigt. Wir müssen quer durch die Pampa laufen. Oh ja, der Wagen ist explodiert. Fakt. Jeder zweite Zombie wird dich greifen, wenn du hier läufst. Mit der Nagelwurksack. Nein, du gabst mir nicht an Arsch. Nö. Putsch. So ist gut. Ich sag, ich sag's euch. Früher haben die Zombies immer alle gesagt, Brains, Brains. Aber es ist irgendwie out. Heute machen die nur und sind einfach böse. Zeiten ändern sich. So, das mit der Straßensperre ist die größte Scheiße, die ich je gesehen hab. Mal ganz im Ernst. Ohne Gefährt. Ich durfte mir noch nicht mal eins bauen in der Garage, was Bullshit ist. Obwohl, wir haben doch diese Garagensteuerung da gehabt, oder? Weiß nicht, ob ich die benutzen kann. Wir können es aber mal testen. Dürft ihr einen Snack? Dann gehen wir nochmal zurück. Gucken. Haben wir eh keine andere Wahl. Und so viele Big Dudes da. Geht das Ding kaputt mit drei Schlägen? Das wäre mir nicht mal hot. Was ist die Garage jetzt überhaupt? Oh Gott. Das sind doch schon ganz schön in den weiten Stücke laufen. Gag. Ja, ich bin doch da richtig schön mit der Karre durch. Ja, ja. Hier ist ein Plan. Eine Motorsäge. Leg mich. Da ist der Plan. Spring. Oh mein Gott. Der Feuerschnitter. Oh, der fällt vorher wirklich runter. Habe ich nichts gegen. Da ist der grimmige Schnitter. Ich brauche gar nicht mehr Motoröl oder so eine Kacke. Da müssen wir mal kurz gucken. Grimmiger Schnitter. Haben wir. Warum sind die nicht zusammengefasst? Da. Neu, 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 neu. Feuerschnitter. Grimmiger Schnitter und ein Benzinkanister. Die, das ist wie Zombies immer so nachspawnen, dann aus dem Fenster fallen. So, Mystikarton hilft uns nicht weiter. Hier liegt kein Motoröl. Ich weiß aber, wo wir welches finden. Da unten. Obwohl, das ist Benzin. Benzin und ein Grill. Das könnte auch was Lustiges geben. Wer hat er daneben gegriffen, Lady? Ja, wir müssen uns ja mal drehen und zurück. Rondaweister. Echt beschäftigt gerade. Nicht einmal benutzt ihr den Flammenwerfer. Meine Waffen können ja kaputt gehen. Geh nochmal zurück. Gucken, ob wir die Garagen zu rauf kriegen. Ne, wir sind hier. Das müsste hier sein. Jopp, jopp, jopp. Wetten, ich kriege die nicht auf. Yay, natürlich nicht. Das ist ein dummer Scheiß. Da könnte ich mich wieder aufregen. Aber egal, wir haben hier Motoröl. Da ist das Kochöl. Wo ist das Laubgebläse? Da. Haha, Flammenwerfer. Guck, dass ich zurückgekommen bin. Meins. Obwohl, kombinieren wir erstmal das mit dem Motoröl. Motoröl war nämlich hier in der Ecke. Kein Motoröl? Das war doch Motoröl. Hör, habe ich was verpasst? Anscheinend, ja. Ich kann schwören, ich habe Motoröl gelesen. Hier irgendwo. Feuerschnitter. Ein Benzinkanister. Wie bin ich denn auf Motoröl gekommen? Und der Benzinkanister stand da auf dem Tisch? Egal, wir haben hier noch ein Glück gehabt. Wahnsinn. Yeah. Wir haben vor wie ein Diablo. Langsam brennende Waffen. Nur noch den Flammenwerfer. Dann kommen wir locker durch. Holy shit, yeah. Scheiß einfach auf alles. Okay, wir müssen uns jetzt einen Weg machen. Da kommen wir ja nicht durch. Also dürfen wir komplett außen rum. Yeah. Also ich gehe den gleichen Weg, den ich gekommen bin. Oh, Motorrad. Komm. Bewegung. Das ist ja wunderbar. Klasse. Das machst du echt gut. Hör auf. Oh, müssen wir lang. Hier runter. Möglichst wäre ich Zombies rammen. Auch wenn es cool ist. Wir brauchen das Motorrad für eine lange Zeit. Der Weg ist lang. Relativ lang. Ja, ich habe doch das Upgrade, oder? Moment, wo ist das? Da. Spieler. Mechanik. Natürlich habe ich das Upgrade. Aha, aha. Schnelligkeit. Die halten doppelt so lange. Merke ich nichts von. Holy moly. Die haben zu viel gedrückt. Gut. Flambierter Zombie. So, am Spieß. Oh, die hat auch mal geschossen. Schön. Das heißt, ich muss erst mit meinem schießen, bevor sie schießt. Kann man auch jetzt falsch verstehen. Ne, wir müssen hier gerade aus. Da, hell, wo kommen die denn her? Oh, Gott. Hier ist doch die Straßensperre. Irgendwas zum Heilen. Dann müssen wir die Sperre springen. Gucken wir mal, ob wir mal Sprung holen können. Fuck den Mustern. Nee, das wird nix. Was da, hell? Ist nicht die Straße gesperrt gewesen? War das irgendwo anders? Das war da... Unten war das... Okay. Umso besser für uns. Der wäre so ein perfekter Sänger für jede Death Metal Band. Meine Güte geht der ab. Mein Mann war mal Profi-Wrestler. Blick dich nicht mit ihm an. War mal Profi-Wrestler. Früher stand ich tot. Und heute ist irgendwie nix mehr. Sorry, ich muss hier durch. So viele von denen. Brennt, brennt, brennt. So. Das ist noch ein Stück. Wow. So, dann haben wir ihn zu Gary gebracht. Und dann müsste doch mal so langsam alles in Ordnung kommen. Das ist ein Football-Spieler. Ihr kriegt hier keine Burger. Bleibt fit, ihr Säcke. Noch ein paar Meter. Noch ein paar Meter. Kein Zombie hält uns jetzt auf. Flame on! Ha, wir wollen bei der Reinfeuern. Nix. Irgendwas zum Heilen. Oh, wohl. Das soll direkt die Mündung verwenden können, aber egal. Wow. Oh, dann würden wir ein Küsschen veranstalten. Nicht nerven. Oh, der VIP-Eingang ist hier drüben. Ronda, Ronda, Ronda. Wir haben es geschafft. Endlich. Juhu, Gary. Oh, ich trinke mir aber vorher nur einen. Musik läuft immer noch. Strom ist immer noch da. Okay. Nicht ganz die Frau, die ich mal war. Du bist noch schärfer. Hör zu, Junge. Wenn der Boss hier vorbeikommt, sagst du ihm, er kann mich mal. Ich gebe mich dafür nicht mehr her. Soll er seinen Dreck allein machen? Ich habe einen Grund zu leben. Komm, Süßer. Lass uns etwas Spaß haben. Ah, Gary? Oh, ja. Vergessen. Sorry. Äh, hier. Ähm. Ich habe sie auf einen Tisch gepackt. Ein paar Zombies drumherum. Pass auf da drin. Was? Ha. Ah. Jupp. Sie wird ihm garantiert das Würstchen jetzt flambieren. Hm. Ha, ha, ha. Oh, hier sind nette Sachen drin. Süßes, verträumtes Mädel beim Hotel. Oh, ja. Oh, ja. Nicht gut. Jetzt haben wir noch. Disco-Oberteil. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Na, Fluch. Das hatten wir gerade. Großartig. Klappe. Kleid. Yeah, sexy. Das lief nicht so toll. Oh, Gott. Ey, ist das furchtbar. So, flambierte Zombies. Haben wir mal gar nicht mehr so viel von. Der Grim Reaper im Cocktailkleid kommt an. Keine schwarze Robe mehr. Rettung im Cocktailkleid. Wow, der Feueranschaum. Ja, du für Zombies. Hauptschritt. Ups. Oh, fuck. Nice. Hallo? Ich kann sie irgendwie losschneiden. Du musst doch jetzt in jedem einzelnen Zombie killen. anscheinend doch. Danke. Ja, kein Problem. Wir müssen etwas tun. Am besten verschwinden. Das wollte ich gerade sagen. Ähm. Wo ist Red? Er sollte mich hier treffen, aber er ist nicht gekommen. Hat ihn der Loser da draußen verjagt. Tja, wenn es Probleme gibt, sollen sie uns beim Flugzeug treffen. Vielleicht ist er da. Los. Nick. Annie? Oh Gott, sie steht auf ihn. Der Grim Reaper im Cocktailkleid geht zum Flugzeug. Dun, 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 dun. Aber der Annie mag ich die durchnehmen. No, 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 no. Dead Rising ist Ende. No, 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 no. Oh, shit, ey. Na, gucken wir nochmal nach dem Plan. Lass mich raten, der ist irgendwo auf dem Dach. In der hintersten Ecke. Irgendwo. Irgendwo.